Eine gesunde Ernährung ist wichtig, um Bauchfett zu reduzieren. Um das Abnehmen zu unterstützen, sollte der Zuckerkonsum reduziert werden. Fünf Lebensmittel sollten deshalb gesunden Alternativen weichen. Fertige Fruchtsäfte können durch frisches Obst ersetzt werden, da sie oft viel Zucker enthalten. Statt zu einem zuckerhaltigen Eis kann auch zu einem griechischen Joghurt mit frischen Früchten gegriffen werden. Chips sollten durch Nüsse ersetzt werden, da sie settingnah sind und gesunde Fette enthalten. Verarbeitetes Fleisch wie Speck und Wurst sollte vermieden werden. Stattdessen ist Fisch wie Lachs eine gute Alternative. Beim Frühstück ist eine ausgewogene Mahlzeit wie Eier mit Avocado und Vollkornbrut besser als zuckerreiches Müsli. Das hält den Blutzuckerspiegel stabil und reguliert den Appetit.